Nach uns die Sintflut politischer Schwindel mit der Aktienrente oder besser gesagt Casino-Rente. Mein Name ist Peter Knöbbel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Heute ist der 5. März 2024. Heute ist ja der Tag, wo das Rentenpaket 2 bekannt gegeben werden soll. Es geht im Wesentlichen um das sogenannte Generationenkapital in Form von Aktien und die Sicherstellung, dass es keine Beitragserhöhung bekommt, dazu kommt, also in der Zukunft keine Beitragserhöhung in der gesetzlichen Renten geben wird und dass das Rentenniveau auf 48% sozusagen auf einer Linie sichergestellt wird. Zum Letzteren möchte ich nichts sagen, aber ich möchte was zu dem Aktienkapital sagen, was da der Lindner und mit großem Beifall auch die SPD als was ganz Historisches feiernd da auf den Weg bringen wollen. Da graut mir nur davor. Es graut mir nicht davor, dass es viele Menschen in Deutschland gibt, die ihr Geld in Aktien anlegen. Die wissen, was sie tun. Das ist ganz klar. Aber was graut mir hier davor? Sarah Wagenknecht, ich zeige es Ihnen schon mal und andere Headlines sagen ja letzten Endes, Kritik an der Ampel, Wagenknecht will Volksabstimmung, der Spiegel sagt, Politik nach dem Motto, nach uns die Simflut und so weiter und so fort. Und zukunftssicher durch Aktien, das ist jetzt für die Rente geplant. Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen einfach mal meinen eigenen Reim darauf machen und dann gehen wir noch mal ganz kurz in verschiedene Headlines da rein. Also es gibt so einen Grundsatz bei der bei Aktienkauf. Das ist bekannt. Ich weiß nicht, warum dem Lindner das nicht bekannt ist. Aktien werden niemals durch Kredite gekauft. Das ist himmelschreiender Irrsinn. Warum? Lindner kauft für 10 Milliarden Euro Schulden jedes Jahr Aktien, damit diese Aktien in das Generationenkapital eingespeist werden. Damit sollen dann über Renditen aus der Aktienanlage, soll es dazu führen, dass Beitragsstabilität in der gesetzlichen Rentenversicherung sichergestellt wird. Auch dazu sage ich gleich noch was, was dabei rauskommt. Jetzt stellen Sie sich Folgendes vor. Lindner kauft Aktien über Kredit und muss für diesen Kredit 4% Zinsen zahlen. Auf die Laufzeit. Er will aber eine Renditeerwartung haben, irgendwo zwischen 5% bis 6%. Was ja vielleicht auch bei Aktien nicht unrealistisch ist, wenn man das über einen langen Zeitraum betrachtet. Das heißt also, Lindner muss oder diese Stiftung Generationenkapital, muss diese Aktien mit deutlich höherem Risiko an den Kapitalmarkt anlegen, als wenn wir das machen würden, wenn wir dafür keinen Kredit aufnehmen. Damit er dann sozusagen das Delta wieder als Gewinn rausholt. Das heißt also, er muss irgendwo dafür sorgen, dass seine Kredite 4%, abzüglich der Gewinne 10%, dann irgendwo bei 6% Gewinn übrig bleiben. Sie müssen sich vorstellen, 10% an anlegbaren Aktienkapital, daraus Gewinn zu erwirtschaften, 10% bedeutet, Sie müssen ein deutlich höheres Risiko bei der Aktienanlage eingehen, als wenn Sie zum Beispiel nur ETFs oder sowas in ETFs anlegen. Meine Damen und Herren, das ist schlicht und ergreifend eine Mogelpackung. Und ich kann auch gar nicht verstehen, warum jetzt hier in Deutschland alle oder führende Ökonomen Beifall klatschen und sagen, oh, das ist ja ganz was Tolles, was die da vorhaben. Meine Damen und Herren, das ist linke Tasche, rechte Tasche, das ist nichts anderes als politischer Betrug. Lindner selber weiß das auch, da bin ich mir ganz sicher. Aber es geht hier nicht, es geht hier de facto immer nur um das, was im Koalitionsvertrag drinsteht, dass es durchgesetzt wird. Und da heißt es ja dann wirklich nach uns die Sinnflut. Wenn wir uns das nochmal genau angucken, was zum Beispiel der Spiegel hier schreibt, da muss man ganz einfach sagen, genau so ist es. Die Koalition macht keine Rentenpolitik, sie verweigert sie einfach. Das ist lächerlich, was hier der Lindner hier vorhat. Meine Damen und Herren, gucken sich die beiden Typen da an, die haben letzten Endes von dem, was sie dort tun, überhaupt gar keine Ahnung. Aktiengeschäfte laufen einfach anders, wie der Lindner sich das vorstellt und schon gar nicht mit dem, was man hier vorhat, dass man hierfür Kredite aufnehmen will. Und dass die SPD da auch noch mitmacht, ist ein Skandal, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Kommen wir noch zum anderen Problem. Wenn Lindner ein Aktienkapital von 200 Milliarden Euro irgendwann mal in der Zukunft aufgebaut hat, dann hat er vielleicht einen Gewinn von 5 Milliarden, 6 Milliarden Euro im Jahr. Jetzt teilen Sie das bitte mal durch 12 und dann stellen Sie sich bitte mal die Frage, wenn wir jetzt zum Beispiel 6 Milliarden haben durch 12, dann komme ich irgendwie auf 500 Millionen im Monat. Und mit diesen 500 Millionen Gewinn will Lindner allen Ernstes über kreditaufgenommene Aktienpakete dann zur Beitragsstabilität in der gesetzlichen Rentenversicherung beitragen. Da kann ich wirklich nur lachen, meine Damen und Herren. An sich wäre es viel vernünftiger gewesen, wenn man gesagt hätte, ja, wir machen eine erwerbstätigen Versicherung. Und jetzt gehen wir einfach nochmal in den Beitrag von der Frau Wagenknecht rein, was hier sozusagen im ZDF heute schon veröffentlicht worden ist. Und die Sarah Wagenknecht sagt ganz knallhart, und da hat sie auch völlig recht, die Rentenreform der Ampel ist eine Casinorente und sie fordert eine Volksabstimmung. Und das Vorhaben sei ein sozialpolitischer Tiefpunkt für die SPD, kann ich eigentlich im Grunde genommen auch nur unterschreiben. Die Aktienrente ist nichts anderes als ein Gezocke am Aktienmarkt, denn das Rentenpaket oder das Aktienpaket, was Lindner hier über Kredite kaufen will, muss ja erstmal wirtschaftlich gesehen erwirtschaftet, reingeholt werden. Und das ist ja genau das große Problem, meine Damen und Herren. Das kann so nicht funktionieren. Und deshalb stimme ich ja auch zu mit Frau Wagenknecht, dass wir endlich eine Volksabstimmung über die Rente brauchen, so ähnlich wie in der Schweiz. Und dass wir endlich sozusagen eine Rente bekommen, die wirklich zukunftssicher ist und nicht dieser Vörlefanz, den hier die FDP und auch die SPD hier sozusagen mit unserem Geld veranstalten. Im Übrigen, meine Damen und Herren, ist das Geld, was Lindner hier aufnimmt, unser Geld. Und ich stelle mir schon die Frage, wie kann es eigentlich sein, dass der Herr Lindner 10 Milliarden Euro an Schulden aufnimmt, wo wir doch eigentlich im Grunde genommen schon einen Haufen Schulden im Staatshaushalt haben. Wer soll das eigentlich noch alles finanzieren, meine Damen und Herren? Ich sehe es einfach so, dass das letzten Endes nicht der richtige Weg ist, um zur Beitragsstabilität und zur Sicherheit der Rente beizutragen. Dazu gehört an allererster Linie erst einmal, dass wir eine einheitliche gesetzliche Rentenversicherung für alle Erwerbstätigen in Deutschland haben. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel